Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der dreiteiligen Lehrfilmreihe zu Magnesium und Magnesiumlegierungen. Im ersten Teil haben wir Reihenmagnesium vorgestellt. Dieses zeichnet sich durch seine sehr geringe Dichte und den niedrigen E-Modul, das heißt niedrige Steifigkeit, aus. Magnesium besitzt eine hexagonaldichtest gepackte Gitterstruktur und ist daher schlecht kalt verformbar. Reinmagnesium wird in der Pyrotechnik oder als Opfernode eingesetzt. In der Technik werden vor allem Magnesiumlegierungen verwendet. Das Legieren, also das Zumischen von weiteren Elementen zum Reinmagnesium, dient der Verbesserung der mechanischen und physikalischen Eigenschaften. Im zweiten Lehrfilm befassen wir uns mit den Einsatzgebieten von Magnesiumlegierungen, ihren Eigenschaften sowie die Einteilung und der Nomenklatur von Magnesiumlegierungen. Für ein besseres Verständnis wird anhand eines Beispiels das Lesen einer Magnesiumlegierung nach ASTM-Norm anschaulich erklärt. Magnesiumlegierungen werden vor allem aufgrund ihrer hohen spezifischen Festigkeit, also Belastbarkeit bei geringem Gewicht und der guten Bearbeitbarkeit immer häufiger in der Industrie verwendet. Hierbei finden die Legierungen in Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Medizintechnik sowie in der Militärtechnik wachsende Einsatzmöglichkeiten. In der zweifellos niedrigen Dichte von 1,78 Gramm pro Kubikzentimeter ist vor allem der Vorteil von Magnesiumlegierungen gegenüber beispielsweise Stahl begründet. Bekannt sind Magnesiumlegierungen für eine hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht, also für ihre hohe spezifische Steifigkeit. Der E-Modul dieser Werkstoffe beträgt rund 45 Gigapaskal. Ihre spezifische Steifigkeit beträgt etwa 25,3 Kilojoule pro Gramm. Daher sind diese Legierungen gut für den Leichtbau geeignet. Der Zusatz von Aluminium- zu Magnesiumlegierungen steigert die Wärmeleitfähigkeit. Magnesiumlegierungen können gut vergossen werden. Allerdings sind sie nicht besonders hart und schlecht verformbar, worin ihre geringe Bruchdehnung bzw. geringe Duktilität begründet ist. Daher können sie aber mechanisch gut bearbeitet werden. Zersparende Prozesse sollten jedoch durch die leichte Entflammbarkeit nur unter Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Ein wesentlicher Nachteil der Magnesiumlegierungen besteht in ihrem hohen Preis. Weiterhin neigen die Werkstoffe bei hohen Temperaturen stark zum Kriechen, also zur Verformung unter ruhender Last. Beim Einsatz von Magnesiumlegierungen sollte zudem darauf geachtet werden, dass diese je nach Zusammensetzung anfällig gegenüber Korrosion sind. Der Einsatzbereich und die Korrosionsbeständigkeit können jedoch über die Wahl der Legierungselemente gesteuert werden. Der Zusatz von Mangan beispielsweise erhöht die Korrosionsbeständigkeit. Magnesiumlegierungen werden in zwei Legierungsformen unterteilt, in Guss- und Knetlegierungen. Knetlegierungen, die durch Umformen wie Strangpressen, Schmieden oder Walzen hergestellt werden, besitzen gute Festigkeitseigenschaften, sowie eine verbesserte Verformbarkeit. Obwohl Magnesium eine schwer kalt verformbare hexagonale Kristallstruktur besitzt, begründet sich die verbesserte Verformbarkeit der Magnesiumknetlegierungen in ihrem homogenen Gefüge. Knetlegierungen werden immer dann eingesetzt, wenn eine hohe plastische Verformbarkeit benötigt wird. Die schlecht verformbaren Gusslegierungen dagegen, die vor allem im Druckguss hergestellt werden, können mit ihrer guten Bearbeitbarkeit und Dämpfungseigenschaft vor allem für die Herstellung dünnwandiger Bauteile verwendet werden. Im Maschinenbau werden aus wirtschaftlichen Gründen hauptsächlich Gusslegierungen eingesetzt. Magnesiumgusslegierungen besitzen eine Zugfestigkeit von ca. 180 bis 260 Megapaskal. Knetlegierungen sogar bis etwa 380 Megapaskal. Ihre spezifische Festigkeit beträgt bei Gusslegierungen also etwa 101 bis 146 Joule pro Gramm und bei Knetlegierungen bis zu 213 Joule pro Gramm. Für ein besseres Verständnis wird im Folgenden das Lesen einer MG-Legierung nach ASTM-Norm anhand eines Beispiels erklärt. Für das Beispiel verwenden wir die Magnesiumlegierung AZ91. Es handelt sich hierbei um eine Magnesium-Aluminium-Zinklegierung. Durch Ablesen aus der ASTM-Tabelle ist erkennbar, dass bei der AZ-Legierung das A für das Legierungselement Aluminium steht. Der Kennbuchstabe Z zeigt beim Ablesen der ASTM-Tabelle, dass es sich hierbei um das Legierungselement Zink handelt. Anschließend folgen die Zahlen, die die gerundeten Gewichtsprozente der Legierungselemente darstellen. Sie werden in der Reihenfolge der Legierungselemente genannt. In der vorliegenden Legierung AZ91 sind also 9 Gewichtsprozent Aluminium und rund 1 Gewichtsprozent Zink enthalten. Zu beachten ist, dass das Legierungselement mit dem höchsten Gewichtsanteil in der Legierung zuerst genannt wird. Magnesiumlegierungen finden vor allem in Bereichen wie der Luft- und Raumfahrt, im Automobilbau, in der Medizintechnik sowie in der Militärtechnik wachsende Einsatzmöglichkeiten. Gegenüber anderen Leichtmetallen besitzen Magnesiumlegierungen eine geringe Dichte und dadurch eine hohe spezifische Steifigkeit und hohe spezifische Festigkeit. Sie sind leicht zu bearbeiten, dürfen jedoch nur bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Magnesiumlegierungen sind sehr kostenintensiv und können je nach Zusammensetzung korrosionsanfällig sein. Magnesiumlegierungen werden in Guss- und Knetlegierungen unterteilt. Knetlegierungen werden wegen ihrer hohen Festigkeit und der plastischen Verformbarkeit eingesetzt. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit kommen jedoch vor allem die gut bearbeitbaren und gut dämpfenden Gusslegierungen häufiger zum Einsatz. Die fachliche Bezeichnung von Magnesiumlegierungen erfolgt durch die Abkürzungen der zwei Hauptlegierungselemente sowie deren Massenanteil in Gewichtsprozent nach ASTM-Norm. In der Legierung AZ91 sind 9 Gewichtsprozent Aluminium und rund 1 Gewichtsprozent Zink enthalten.